Um halb 7 Uhr wache ich auf, dann stehe ich auf. Später gehe ich auf die Toilette und wasche mein Gesicht. Danach mache ich meinen Bett und siche ich mich an. Um 7 Uhr frühstücke ich Brot mit Onig und trinke ein Glas Wasser. Ich frühstücke, wenn ich fernsehe. Um halb 8 Uhr putze ich meine Zähne und um 20 Uhr von 8 Uhr gehe ich zum Gymnasium. Um 2 Uhr komme ich nach Hau zurück. Eine halbe Stunde später esse ich zum Mittag. Von 3 bis 4 Uhr gehe ich fern. Danach mache ich meine Hausaufgaben. Oh ja, die Schultasche. Von 5 bis halb 7 Uhr gehe ich Joggen. Um halb 7 Uhr komme ich nach Hau zurück und dusche mich. Dann ziehe ich mich an. Um 4 bis 8 Uhr rufe ich meine Großmutter an. Danach esse ich zu Avent. Und um 20 von 9 Uhr putze ich meine Zähne und um 9 Uhr gehe ich ins Bett. Und um 10 Uhr良게 ist es core hier. Ich sch discover, dass ich noch ein Kind. Whoof. Also ein nicht nur bisschen kran.